Hallo und herzlich Willkommen zu einer Runde World of Warcraft. Ich spiele hier gerade die Silberbruchmine in PvP mit meinen Du-Du-Tauern. Da bin ich mal gespannt wie das ausgeht. Ich denke mal wir werden gewinnen, so wie immer. Ich bin hier gerade auf dem Server Frostwilfe, obwohl das ja beim PvP egal ist. Da kommen ja alle zusammen von den ganzen Server, also nicht alle Server, sondern alle verbundenen Server. Also sprich ich wäre ja hier mit den ganzen PvP-Servern verbunden, weil Frostwolf ja ein PvP-Server ist. Und ja, da bin ich mal gespannt wie es gleich hier abgeht. nochmal schnell reparieren. Ach, 3 Silber. Kein Ding. So viel Geld habe ich noch. Wie viel habe ich eigentlich? 99,99 G. Okay. So. Oh, die haben aber schon eine Reittheorie hier. Den Großen wollte ich auch gerne mal haben. Aber ich habe zu wenig gespielt. Also können wir ja immer noch holen, immer noch frei spielen. Aber ich weiß jetzt schon gar nicht welche Reittheorie ich nehmen soll. Ich habe 226 Reittheorie. Das ist ein bisschen viel. Ah, ein bisschen mehr wie die Hefte habe ich. So. Gleich geht's los. 3, 2, 1, go. So. Hierbei ist es, man muss die Lohren farmen. Was heißt farmen? Ach ne, mein Internet steht schon wieder. Man muss hier in den Lohren drin stehen und die bis zu so einer Kiste da hinten begleiten, sodass sie für uns, ich glaube, für den Gegner halt Punkte gibt. Und wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Das schöne ist, damals war es ja immer so gewesen, wenn du 73 warst, was ich normalerweise bin im PvP, dann war es auch 73. Und jetzt ist es immer, du wirst mit der Stufe angegleicht. Also sind alle Spieler hier drin in 79. Also auf das Level angestehen und das Equip wurde dann auch erhöht. Aber du hast halt nicht die ganzen Fähigkeiten. monarchischen Darlstein, auf das Level angestehen und das Problem ausforschen ist. Und deswegen sind wir seit�� esa�ь auf die ganze Zeitчик umgefasst. wenn einige bin pontos alt sind. Wir sind ja in packten. Daspitze ist der Tropfen. Talant vorfahren und fl Lane Brands vorfahren und die Rund concert table sagen. Dann problème auch der Rund speiル إ Unidos, hier ist es eben nicht das Problem. Frostfalle, kein Ding. So, dann gehen wir mal auf den nächsten. Der wird weggeschnutzelt. Kommt der nächste. Geht zum Meisterbett, brauchen wir nicht. Oh, Internet schon wieder weg. Das kann doch nicht wahr sein. Wie ich das hasse. Schon wieder Internet weg. Warum ist das so? Wie ist das? Da ist ein Heller. Ich bin 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 ein Heller. Ich kann das nicht mehr fahrsen. Und ich bin ein Heller. Oder das muss ich meinen Geist übrig sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wir wollen einfach nicht umfallen. Zur Zeit liegen wir noch alle hin. Das kann sich noch schnell ändern. Los, stirbt er. Ach, das ist halt Brand. Endlich ist er weg. Ist noch ein Heiler. Oh. Der Heiler hat mich gestackt. Da ist er wieder. Oh. 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 Was war das? Silberbruchmine. Genau. Ich war der zweitschlechteste Portlar. Das ist doch schon mal gut. Ich hab eingekillt. Ich bin nicht einmal gestorben. 22 Ehrenpunkte. 22 Ehrenpunkte gekriegt. Ah. Halt der zweitschlechteste. Okay. Das war eine Runde. Oh. Oh. Water of Warcraft. PvP. Die Silberbruchmine. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich sag mal, dann. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.